Hi Leute, euer Nroti hier. Heute gehen wir mal die Ausrüstung und die Fertigkeiten von dem Free-to-Play-Char, dem Käpt'n durch. Viele benutzen von euch die Free-to-Play-Char, welche auch ziemlich gut sind. Nachteil an denen, man kann nicht auf sie draufklicken, um sich die Fertigkeiten anzuzeigen. Man sieht hier nur in der Übersicht, gut was haben die, aber was die Fertigkeiten jetzt bringen, sieht man nicht. Und als Free-to-Play-User kann man noch nicht mal irgendwie in den Customize-Teil gehen und irgendwie die noch nachgucken Stück für Stück. Also gehen wir jetzt einfach mal komplett den Käpt'n durch, damit ihr auch wisst, was für Fertigkeiten ihr einsetzen könnt, was für Ausrüstung ihr habt und was für Stärken und Schwächen ihr quasi habt. Also dann fangen wir mal mit dem Käpt'n an. Die anderen drei werde ich auch noch machen. Stück für Stück. Ich mache die dann unten in die Beschreibung rein. Wenn ich die fertig habe, dann könnt ihr euch die auch noch angucken. So, also ab zum Käpt'n. Gucken wir uns erstmal die Perks an. Das ist einmal Offensive Perk Man-at-Arms. Also den Infanterie-Teil. Und dort haben wir Break-Block. Break-Block bringt, dass wenn ihr euren Schlag komplett aufgeladen habt und dann gegen jemanden schlägt, der pariert. Also wenn ihr die rechte Maustür drückt, pariert ihr ja und das wird dann immer als blau angezeigt. Wenn jemand pariert und man schlägt dagegen, kann man eigentlich das Parieren einfach weiterhalten. Also die Waffe kriegt halt nur Schaden. Wenn aber, da man Break-Block hat und wenn man dann auf das Parieren draufschlägt, dann ist der andere dazu genötigt, nochmal das Parier hochzunehmen. Also er kann eigentlich das ständig halt haben. Also das ist für den Block zu brechen quasi. Wenn derjenige pariert. Das zweite ist dann Hamstring. Das ist, wenn ihr auch wieder euren Schlag voll aufgeladen habt, dann könnt ihr, wenn ihr hinter einem Gegner seid, ihm auf die Beine schlagen und dann fällt er hin. Das ist natürlich interessant zu wissen, wenn man dann hinter jemandem ist und dann auf die Beine schlägt in dem Umfeld. Muss man halt wissen. So, das waren die von den offensiven Skills, also Fertigkeiten. Kommen wir jetzt zu den defensiven Fertigkeiten. Da hat er offensichtlich den Schild-Perk, weil er spawnt ja auch mit einem Schild. Dort hat er dann die Fertigkeiten Schild-Experte. Was eben den Vorteil bringt, dass sein Schild für ihn ein bisschen halt leichter vorkommt. Er kann dadurch sich halt schneller bewegen. Und er kann es schneller in Bereitschaft machen. Also wenn ihr das nicht ausgerüstet habt und das ausrüstet, zum Beispiel von irgendwie einer Einhandwaffe nur und dann noch euer Schild rausholt, dann geht das ein bisschen schneller und ihr könnt halt eure Attacken auch ein bisschen schneller mitschwingen. Also es macht euch einfach ein bisschen im Kampf ein bisschen schneller. Shield-Bash, damit könnt ihr, wenn ihr ein Schild mit dem Schild blockt, die Angriffstaste dann nochmal drücken. Dann springt ihr so einen Schritt zurück und chargt dann vor und schlägt so mit dem Schild zu. Und wenn es den Gegner trifft, macht es ihn kurzzeitig benommen. Also das ist auch ziemlich praktisch. Kurz zurück, zack, vor und dann ist er kurz benommen und ihr könnt auf ihm einhäckseln. Also auch interessant zu wissen, dass man die Fertigkeit hat. Das waren die zu den Verteidigungsfertigkeiten. Jetzt kommen wir zu den unterstützenden Fertigkeiten, zu den Support Skills. Dort hat er Surgeon und hat dort dann hier die Bandages. Das heißt, wenn ihr jemanden wiederbelebt oder Bandages anlegt oder euch selber anlegt, füllt ihr euer komplettes Leben wieder auf und nicht nur ein Teil. Also wenn man das nicht hat, muss man manchmal zwei anlegen oder so, um sich voll hoch zu heilen. Und hiermit braucht ihr auf jeden Fall nur eine. Und Second Opinion heißt, dass ihr, wenn der Gegner irgendeinen bestimmten Statuseffekt hat, zum Beispiel blutet oder so, dann seht ihr das über ihm so ein kleines Symbol und könnt halt einschätzen, ah okay, der blutet und wisst dann, ich habe ihm eine blutende Wunde geschlagen, gut, dann versuche ich ein bisschen mehr zu blocken oder so, weil er hat eh nur noch ein paar Sekunden zu leben und muss sich dann verbinden und kann halt dadurch die ganze Situation ein bisschen besser einschätzen. Das ist diese Second Opinion, deswegen seht ihr die Symbole über den. Auch interessant zu wissen, weil ansonsten fragt man sich, wieso sehe ich bei dem einen Char die Symbole und bei dem anderen Char nicht? Das liegt an dieser Fertigkeit. Dann kommen wir zum nächsten, zu den Bewegungsfertigkeiten, zu dem Movement. Da hat er, er hat ja kein Pferd, also hat er Infanteriefertigkeiten und hier hat er Runner. Das heißt, wenn er dann anfängt zu rennen, läuft er mit doppelter Geschwindigkeit, also doppelt so schnell rennen tut er. Und das Fleet Footed heißt, dass er schneller in diesen Rennmodus kommt. Und ihr, euch sollte ja schon aufgefallen sein, dass wenn ihr in dem Spiel rennen wollt, dass es nicht wie in den anderen Spielen ist, dass ihr einfach noch eine Taste drückt und der fängt dann an zu rennen, sondern dass ihr eine Zeit lang laufen müsst, einfach in eine Richtung und das dann anfängt auch zu rennen. Und mit der Fertigkeit geht das dann ein bisschen schneller. So viel dann zu den Perks. Ah, wir haben noch die Officer Perks. Das heißt, wenn ihr Squad Leader seid, könnt ihr eure Officer Perks einsetzen. Hier hat er Reinforced Banner. Das gibt einen Damage Buff für euren ganzen Squad. Und umso mehr Squad Mitglieder in eurer Reichweite sind, umso höher ist dann der Buff auch. Und der Courage Banner Buff. Damit kriegt ihr so einen kleinen Heal over Time. Also eure Lebenspunkte werden langsam regeneriert. Und auch umso mehr Squad Mitglieder in der Nähe von dem Squad Leader dann sind, umso besser wird dann auch der Buff. So viel dann zu den Officer Fertigkeiten. Kommen wir zur Bewaffnung. Bewaffnung hatte keine Main Weapon, sondern nur einen Side Arm. Und dort hat er, gucken wir, das Soldier Sword. Swords. Und dann ist hier unten das Soldier Sword. Dann gibt es die verschiedenen Fight-Style. Da hat er den Imperial Fighting-Style. Damit macht man ein bisschen mehr Schaden. Dafür wird der Ready Speed ein bisschen runtergesetzt. Metall ist normales Metall, was dann keine Vor- und Nachteile gibt. Und von der Klinge her hat er Hollow Grid. Das heißt, dass die ein bisschen weniger Health hat, also ein bisschen weniger aushält die Waffe. Dafür kommt man durch Rüstung ein bisschen besser durch. Und als Griff hat es den Standardgriff. Dadurch kriegt man keine Vor- oder Nachteile, im Gegensatz irgendwie zum Balance, der dann ein paar Werte ändert. Also dann den Standardgriff. So viel zur Waffe. Dann Dagger ist der ganz normale Quillen Dagger. Hohe Speed, einigermaßen Damage. Ist halt ein Dolch. Dort kann ich den Fighting-Style nicht genau sagen, weil ich habe den auch nicht. Also ich sehe den ja auch nicht in der Übersicht. Ich nehme einfach mal an, dass es auch den Imperial Fighting-Style ist, weil er auch das Schwert hat. Aber das weiß ich nicht, weil das sieht man hier in der Übersicht ja leider nicht. Weiter geht's mit dem Shield. Da hat er das Dormit-Schild. Shield. Welches relativ hohe Verteidigung bietet. Sowohl gegen Schläge als auch gegen Pfeile. Im Gegensatz zum Welch Buckler ist es ein bisschen... Ihr habt es auf dem Rücken. Sprich, ihr braucht halt ein bisschen länger, bis ihr es ausgerüstet habt. Also das dauert ein bisschen länger. Vorteil ist, wenn ihr es auf dem Rücken euer Schild halt rumtragt, ihr habt trotzdem den Schutzfaktor von dem Schild. Sprich, wenn ihr in den Rücken geschossen kriegt, blockt das euer Schild trotzdem ab. Also auch ziemlich gut. Hier vom Material weiß ich nicht genau, welches Material es verwendet würde. Das sieht man leider auch nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Ich nehme mal normales Material. Aber wie gesagt, das sieht man nicht genau. Das soviel dann zum Schild. Zum Schild auch noch zu sagen, sei, dass es in der Mittelkategorie von der Größe quasi ist. Also ihr habt dort von der Fläche, die gedeckt wird, relativ im Mittelmaß. Also zwischen dem Welsh Buckler und dem anderen. Dieses in der Mittel, damit bleibt es auch quasi mit dem Helm. Das ist nämlich Medium Helmet. Und dort ist das der Solid Helm. Also im Prinzip ist das auch ein mittelgepanzerter Soldat. Die Damage Absorption, wie ihr seht, ist ziemlich hoch. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu so einem Kettenhemd. Ist halt wie, gilt halt als Platte. Dann ist noch ein Wiser. Also ein Visier ist noch an dem Helm dran. Welches ihr mit V runterlassen könnt. Und dadurch kriegt ihr ein bisschen mehr Schutz gegen, zum Beispiel gegen Stiche gegen euren Kopf. Oder gegen halt Pfeilbeschuss gegen euren Kopf. Schützt euch vor so Leuten wie mir. Die den Leuten gerne in den Kopf schießen. Dann habt ihr noch einen Halsschutz. Diesen, äh, diesen hier. Der schützt euch vorne. Auch gegen Stiche wieder gut. Also ihr habt dadurch einen verbesserten Schutz nochmal von vorne. Dafür halt ein bisschen mehr Gewicht noch. So, so viel zum Helm. Dann bleibt nur noch die Rüstung übrig. Und dann haben wir es schon. Das ist auch, dann passend zu dem Medium-Helm, eine Medium-Rüstung. Und zwar der Hanisch hier unten. Welcher von der Damage Absorption relativ gut einzuordnen ist. Es ist eine Mischung zwischen, also hier bei Jamil sieht man vielleicht, ist der Damage Absorption ein bisschen höher. Allerdings ist das nur Kette. Und das andere ist, also der Hanisch ist eine Kombination aus Kette und Platte. Also ihr habt ein Kettenhemd an und oben drüber ihr habt halt noch ein Brust-Hanisch. Und, ähm, der ist, äh, nochmal ein Ecken, je nachdem was halt für einen Schaden reinkommt, äh, besser. Wie gesagt, nur dass ihr wisst, vorne habt ihr Hanisch und ansonsten habt ihr Ketten, damit ihr das ein bisschen einschätzen könnt. Gut. Dann haben wir, sind wir alles durchgegangen von dem Käpt'n. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Idee gekriegt, wie ihr den Käpt'n einsetzen könnt. Eine wichtige Sache hätte ich fast vergessen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Perks. Weil nicht nur die Fertigkeiten kriegt ihr, wenn ihr zum Beispiel rauf geht, äh, diese hier. Sondern, wenn ihr einen Perk auswählt, das hat auch immer eine Grundfertigkeit. Also zum Beispiel, wenn ihr Offensive nimmt und dann Managed Arms nimmt. Schon das Managed Arms, seht ihr nebendran, ist ein Tooltip. Äh, da kriegt ihr dann auch schon Fertigkeiten hinzu. Das eine ist nämlich, wenn ihr F drückt, macht ihr so ein, ähm, Tackle-Ability steht da. Also dann rusht ihr so ein Stück weit vor. Ähm, die ist relativ cool, also damit ihr wisst, mit dem Charakter könnt ihr mit diesem F die Fertigkeit einsetzen. Wobei ihr die auch unten dann, äh, hier unten in eurem Inventar, also Interface dann angezeigt kriegt. Und dann wisst, äh, okay, wann man die einsetzen kann, weil die füllt sich dann nach einer Zeit lang wieder auf. Ähm, dann habt ihr noch, äh, bei den Perks das Defensive Shield. Okay, klar, dann, da ist die, da bringt die Fertigkeit dazu, dass man mit nem Shield spawnt. Bei der Support-Fertigkeit, das bringt, dass ihr, ähm, euch und andere, äh, schneller verbindet. Also das geht schneller, wenn ihr die Bandagen anlegt. Ähm, dann vom Movement-Perk haben wir Infanterie. Das heißt, äh, dass ihr allgemein einfach, äh, besser lauft, äh, also schneller lauft und euer, eure Waffen schneller equipt habt. Und, ähm, euer Attack-Charge-Time-Up, also eure Aufladezeit ist halt auch noch erhöht. Also allgemein eure Kampffertigkeiten und eure Geschwindigkeit beim Laufen ist etwas erhöht. Und, ähm, Officer-Training hat, glaube ich, keine Extra. Nein, das bringt nur, dass man dann die Sachen freigeschaltet hat für die Officer-Fertigkeit. Gut. Hätte ich doch fast vergessen, weil gerade das Man-at-Arms, äh, dass man dann mit F fortchargen kann, ist schon, äh, interessant zu wissen. Und, äh, auch bei dem, dass man seine Bandages ein bisschen früher an, äh, schneller anlegen kann, äh, fällt einem vielleicht auch auf. Und man fragt sich so, warum da fünf Sekunden und da vier Sekunden oder so. Gut. Ähm, ich hoffe, jetzt bin ich aber fertig. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Überblick gekriegt. Und, äh, wie gesagt, so eine Idee, wie ihr jetzt den einsetzen könnt. Und, äh, wo seine Stärken und Schwächen sind. Und, ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Und, äh, viel Spaß allgemein mit dem Spiel. Und bis vielleicht dann zum nächsten Video. Ciao. Und, äh, viel Spaß beim Ausprobieren.